Es gibt so ein Sprichwort. Glück und Pech sind wie zwei Brüder. Wenn der eine mit dir am Tisch sitzt, liegt der andere auf dem Sofa und schläft. Das finde ich ein schönes Bild und die heutige Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die erzählt von Glück und Pech und warum manchmal der eine wach ist und der andere schläft oder auch andersherum. Es waren einmal zwei Bauern, die lebten nicht weit voneinander als Nachbarn. Nun waren beide Männer wirklich fleißige Arbeiter und der eine, der hatte richtig viel Glück. Jahr um Jahr stand sein Korn hoch, seine Kühe hatten pralle Euter und seine Hühner legten jede Menge Eier. Dieser Bauer wurde reich und immer reicher. Der andere Bauer aber, der schien vom Pech verfolgt zu sein. Sein Getreide verfaulte, sein Vieh war mager und seine Hühner holte nach und nach. Der Fuchs. Dieser Bauer war arm und wurde immer ärmer. Warum nur, fragte sich der arme Bauer, warum nur hat mein Nachbar so viel Glück und Erfolg und jedes Jahr eine stattliche Ernte? Ich aber rackere mich ab und habe doch immer Pech mit den Erträgen. Einmal nun, da konnte der arme Bauer vor lauter Verzweiflung nachts nicht schlafen und er ging mitten in der Nacht hinaus aufs Feld, um ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken. Da bemerkte er auf einmal auf dem Feld seines reichen Nachbarn eine Gestalt. Diese Gestalt hielt einen großen Sack in den Händen und streute etwas aus. Hey, was tust du denn da, rief der Bauer. Ich säe Getreide, war die Antwort. Aha, der Bauer war überrascht und fragte dann, hoffnungsvoll, wirst du dann auch auf meinem Feld säen? Nein, auf keinen Fall. Aber warum denn nicht? Warum säest du nur auf dem Feld meines Nachbarn? Ich bin eben sein Glück, antwortete die Gestalt. Sein Glück? Und wo ist dann mein Glück? fragte der arme Bauer. Äh, soweit ich weiß, schläft es dort neben dem großen Stein, sagte der Sämann. Da eilte der arme Bauer geschwind hinüber zu dem Stein am Rand seines Feldes. Und tatsächlich, dort lag zusammengerollt eine schlafende Gestalt und schnarchte. Hey, rief der Bauer und rüttelte sein Glück, um es zu wecken. Steh auf und geh auf mein Feld, um dort zu säen. Die Gestalt rieb sich die Augen. Nein, murmelte sie dann. Das mache ich nicht. Ja, warum denn nicht? rief der Bauer ganz verzweifelt. Du bist doch mein Glück. Ja, das stimmt. Ich bin dein Glück. Aber ich bin kein Landwirtsglück. Wähle dir eine andere Aufgabe, dann stehe ich dir zur Seite. Ach so, was soll ich denn stattdessen machen? Nun, geh in die Stadt und werde Kaufmann. Der arme Bauer nahm sich den Rat seines Glücks tatsächlich zu Herzen. Er verkaufte mutig Hof, Vieh und Feld und zog mit Sack und Pack in die nahegelegene Stadt, um dort einen Laden zu eröffnen. Wie er nun aber die letzten Dinge aus seinem Bauernhaus geräumt hatte und gerade die Tür abschließen wollte, da hörte er auf einmal ein lautes Jammern und Wehklagen. Er folgte der Stimme und fand im hintersten Winkel der guten Stube eine dürre Jammergestalt. Nanu, wer bist denn du? Ach, ich bin dein Pech, deine Not und dein Elend, schluchzte die Gestalt. Ich habe dir so lange treu gedient und jetzt lässt du mich einfach zurück. Der Mann dachte kurz nach. Dann holte er ein altes Holzfass und sagte der Gestalt, sie solle hineinsteigen, dann würde er sie mitnehmen. Und so geschah's. Auf dem Weg in die Stadt jedoch warf der Mann das Holzfass in einen tiefen Sumpf am Wegesrand. Pech, Not und Elend wollte er gewiss nicht mehr an seiner Seite haben. Und ich kann euch sagen, von nun an war ihm sein Glück hold. Der einstige Bauer verdiente als Kaufmann viel Geld und machte seine Arbeit von Herzen gern. Nach einer Weile jedoch wurde sein ehemaliger Nachbar, der Bauer, auf den Wohlstand des Kaufmannes aufmerksam. Und er besuchte ihn in der Stadt und erkundigte sich, wie dieser zu seinem Erfolg gekommen sei. Naja, durch dein Glück habe ich mein Glück gefunden, lieber Nachbar, antwortete der Kaufmann dankbar und er erzählte ihm die ganze Geschichte. Mein Pech, sagte er dann, mein Pech habe ich in einem Holzfass im Sumpf versenkt. Und er lachte und bewirtete seinen ehemaligen Nachbarn großzügig. In dem reichen Bauern aber keimte der Neid auf das geweckte Glück des Kaufmanns. Und so nahm er auf dem Heimweg eine Stange zur Hand und rührte so lange im Sumpf herum, bis er das Holzfass gefunden hatte. Er öffnete das Fass und hörte das laute Jammern und Klagen, der Not, die zusammengekauert darin hockte. Komm raus, befahl der Bauer. Aber warum denn? Wo soll ich denn hin? Ich bin ja heimatlos, klagte das Pech. Geh in die Stadt zu deinem früheren Herrn, rief der Bauer. Er ist jetzt ein Kaufmann. Oh nein, erwiderte das Pech entschieden. Ich war so lange bei dem. Und was war der Dank? Er hat mich im Sumpf versenkt. Du aber, du warst gut zu mir. Du hast mich hier herausgeholt. Bei dir will ich ab sofort bleiben. Und so geschah's. Das Pech richtete sich bei dem Bauern häuslich ein. Und ich weiß nicht, ob und wie er es wieder losgeworden ist. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gerndt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR. Immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast. Jeden Samstag.